Ich bin bei mehr Demokratie, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass die Menschen Demokratie vor allen Dingen hautnah in ihren Gemeinden vor Ort erleben. Deswegen müssen die Gemeinden in Deutschland gestärkt werden und sie brauchen dazu die nötigen Aufgaben und sie brauchen vor allen Dingen auch die nötigen Mittel, damit sie auch eigenständig das Leben vor Ort gestalten können.